Ja, der Micha macht Liegestütze. Nicht so gut, aber macht viel. Aber auch nicht viel. Das heißt, wenn die Abonnentenzahl sich erhöht, muss ich auch dann mehr Liegestütze machen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich vor, so viele Liegestützen zu machen, wie ich Abonnenten habe. Das sind jetzt 651 Stück. Mal schauen, wie lange ich brauche. Kommt mit hier. Ist zu markieren. Ein Strich sind 10 Liegestütze. Okay, ich fange an. Oh, ich habe keine Lust eigentlich. So, die ersten 10 Liegestütze sind geschafft. Die schreibe ich jetzt hier einfach auf. Ein Strich. Und ich bin wirklich nicht geübt, Liegestütze zu machen. Deswegen, 30 sind schon für mich wirklich viel. Oh mein Gott, ey. Mal gucken, wie ich in ein, zwei Stunden aussehe. Oh, Scheiße. Und wieder 10. Ich habe jetzt 40 Stück. Ich stelle das aber jetzt schon in meinen Armen, ey. Ihr könnt auch gerne einfach mitmachen, wenn ihr Lust habt. Das ist einfach für alle da. Fangt einfach das neue Jahr sportlich an. Oh mein Gott, das kann auch nicht sein. Oh mein Gott, das kann auch nicht sein. Oh mein Gott, das kann auch nicht sein. Und wieder 20. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele schafft ihr eigentlich. Da merkt man eigentlich, wie viele 652 Abonnenten sind, wenn man das auf Liegestütze produziert. Heftig. Wuh. Nochmal 10. Ah. Wuh. Ah. 10. Ah. Und nochmal 10. Ah. Und nochmal 10. Wuh. Wuh. Ah. Eix. Sieben. Ah. 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 Wuh. Neun. Zehn. Ah. Wuh. 130. Ja, ist doch einfach nicht. Mach doch einfach 752 Liegestütze vielleicht noch mehr. Ist doch voll einfach. Ja klar, Mann. Ah. Ich komme auf die 200 immer näher. Ja okay, es sind immer noch 652 Abonnenten. Das heißt, erstmal muss ich nur so viele schaffen. Mal gucken, ob das mehr wird oder nicht. Und wieder 10 mehr. Zehn Stück noch. Dann habe ich die 200. Wuh. Easy. 25 Minuten brauche ich jetzt für fast 200 Liegestütze. Ja. Ja. Mal gucken, wie die nächsten 25 Minuten sind. Wahrscheinlich doppelt so langsam. Wuh. Ah. Ah. 10. Jawohl. 200. 200. 200. Dann erstmal kleine Schritte machen. Erstmal kleine Schritte. Vielleicht hilft das. So. 1. fünf, sechs, sieben. Ich merke jetzt schon, dass es mir schon übel geht. Meine Muskeln tun richtig weh schon und Gefühle können die keine Spannung mehr halten. Ich berühre einmal den Boden und die Arme hängen jetzt schon. Ich muss nur 400 Wegestütze machen. Ist doch gar nix. Ist doch klacks. Ich mach nur 400 Wegestütze noch. Ist doch einfach. 240 und ich bin jetzt schon kaputt und ich muss ja nur 400 nochmal machen. Die Musik hat was. Gefällt mir. Ja, der Micha macht Liegestütze. Ja, das ist der Micha. Oh yeah. Er denkt, der schafft 200, äh, 650 Liegestütze. Aber der schafft keine drei. Die Arme können nicht mehr. Die können nicht mehr. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Egal wie ich das versuche, hier ein Liegestütze noch hinzubekommen. Ich brauche dafür drei Minuten. Das geht aber nicht. Die Arme blockieren einfach komplett. 300 Liegestütze. Arme. Ah, ich kann nicht mehr. Hilfe. Ah, scheiße. Boah, wenn das so weiter geht, ich glaube, ich brauche wirklich nochmal zwei Stunden. für die, für die, für die Challenge, ey. Puh. Baaah. Oh, und wieder zehn geschafft. Alter, mein Kopf ist so rot. Schaut mal. Oh, scheiße. Zehn Stück noch. Dann haben wir unsere 400 Liegestütze geschafft. Ah, ist doch sehr nah. Ich freue mich. Ich freue mich. Cool. 400 Stück. Das hat voll was. Ich hab 410 Liegestütze gemacht. Und 652 Abonnenten hab ich. Ich muss noch über 200 Liegestütze machen. Dann pack ich es. Oh, die ersten 100 waren schon sehr schön. Auf jeden Fall. Die ersten 100 waren cool. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ich hab 450 Stück geschafft. Ich sag, ich muss genau noch 50. Ja, 200, 200, zwei Liegestütze noch machen. Ja, Motivationsmusik. Uh. Ich kann nicht mehr. Du, 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 du. 480 Liegestütze. Uh. Oh, ich hab Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Komm, mach nochmal. Zehn Liegestütze. Dann hast du deine 500. Uh. Oder? Ja. Ja, ey. Ja. Dann haben wir 500 Liegestütze schon geschafft. Ich habe 500 Stück schon hinter mir. Und ich brauch noch 152 Stück noch. Dann bin ich fertig. Uh. Und hab 2 Stunden und 50 Minuten dafür gebraucht. Auf, äh, 500 zu kommen. Oh, ja. Und wieder zehn. Jawohl. Genau das will ich sehen. Das heißt, wir haben jetzt 550 Liegestütze geschafft. Vielen Dank, ey. Für so viele Abonnenten. Wirklich. So schätzt man die richtig wert, wenn man immer Liegestütze für einen Abonnenten macht. Hammer, ey. 92 Liegestütze. Und auch wenn man das hört, hört das sich so einfach an. Ah, aber. Ah. Dreieinhalb Stunden sind wir gleich schon dabei. Und uns fehlen, glaube ich, noch 70 Stück oder so. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die gesehen? Ist ja auch schwer. Boah. Hauli Mauli, Alter. Scheiße. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Scheiße. Zehn Stück, ey. Das ist schon schmerzhaft, ey. 600 Stück. Ich kann nicht mehr. Boah. Scheiße. Boah. Scheiße, ey. Boah. Tut das gut, Alter, zehn zu schaffen. Okay, 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 okay. Zehn Stück. Meine Güte. Danke, Muskeln. Danke, danke, danke. 42 Stück noch. Wieder zehn. 620 Liegestütze haben wir jetzt. Jetzt fehlen noch 32 Stück. Okay, ich hab wieder zwölf gemacht. Das heißt, jetzt noch 20 Liegestütze. Dann hab ich es. Dann hab ich es. Oh, fuck. Ah, woo! Ja! Zehn noch! Zehn! Sechs Stück noch! Sechs Stück noch! Oh, mein Gott. Oh! 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 Warum sind die drei jetzt so schwierig? Ah, nein. Okay, das kriegen wir. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Geil. 600... 52... Liegestütze. Hab jetzt 4 Stunden und 22 Minuten gebraucht für die 652 Liegestütze. 652 Abonnenten. So viele Liegestütze hab ich gemacht. Einfach einfach so zu sehen, wie viele mir jetzt folgen und auch einfach für mich einfach mal nochmal klarer zu machen. Ey, das ist wirklich, wirklich viel, Micha. Es ist schön, dass du so weit gekommen bist und die, die jetzt das Video auch angucken und vielleicht auch ein Abonnent da lassen, vielen Dank. Es ist wirklich schön. Und die, die schon Abonnenten sind, wirklich, ich bin wirklich dankbar, dass ihr einfach ein Teil seid und einfach mal euch inspirieren lässt mit von den Videos oder was Neues lernen von der Natur oder irgendwie eure Gesundheit verbessern möchten. Hier seid ihr dann genau richtig und ich freue mich schon auf die nächsten Challengen. Vielleicht, vielleicht hab ich irgendwann 3.000 Abonnenten und dann wird auch was Beklopptes kommen. Aber bis jetzt ist es ein guter Start. Es ist 2024. Hat Spaß gemacht. Ey, bleibt gesund. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare, wie viel ihr geschafft habt. Oder ob das euch motiviert hat. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Bleibt stark. Bleibt gesund. Seid glücklich. Ich hab euch lieb. Habt euch auch lieb. Tschau.